Warum blusterst du dich hier so auf? Dicker, ihr kommt zu mir! Ich glaub, du verschätzt deine Position gerade. Erstens weißt du nicht, mit wem du... Ist ja geil. Dann musst du lachen, wa? Ja? Ich mach einen Anruf, ein Freund von der Polizei kommt und dann bist du in der Scheißlage. Das verspreche ich dir. Bleib mal hier! Bleib mal hier! Guten Morgen. Alter, hab ich, glaub ich, ein Mal oder so angehabt. Kann weg. Was machst du? Bist du aktiv? Ja, komm mal, Kaffee. Danke, Spin. Dann komm ich zu der Herre. Und was ich hier mache? Ich sortiere meine Klamotten aus, wie man sehen kann. Ich will die spenden! Spenden? Ja, ich hab so einen Spendenaufruf im Internet gesehen, kurz vor Weihnachten. Und da hab ich gedacht, geh ich mal mit gutem Beispiel voraus und such erstmal meine Klamotten raus und so. Ich finde einfach, da gibt's Menschen auf der Welt, die das mehr gebrauchen können als ich. Wie gesagt, das hab ich, glaub ich, einmal angehabt oder so. Und da ist alles. Ja. Bin ich durch dich draufgekommen. Ich finde, das ist einfach gut, was du da machst. Dass du dich da einsetzt und einfach Menschen unterstützt, die irgendwie alkoholkranke Angehörige haben. Und deswegen hab ich gedacht, ich muss sowas auch mal wieder machen. Hast du mich je schon mal mit der Jacke gesehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Siehst du? Und ich schwöre, dass in jedem Kleiderschrank viel zu viele Klamotten sind, die kein Mensch braucht. Du bist schon echt süß. Dumm. Danke. Weißt du was? Hm? Ich glaub, ich könnte auch mal bei mir gucken. Irgendwie müsste er was rumlegen, was ich nicht immer brauche. Das ist sehr cool. Wenn's hilft, dann hilft's. Danke. Weißt du was? Was? Ich frag auch live. Und Malte. Ich geh ins Matrix. Ich geh jetzt ins Matrix. Weißt du was? Ich geh jetzt ins Matrix zu Milla. Milla hat zig Klamotten im Kleiderschrank. Das ist so eine Modikone, Alter. Da wirst du sonst was finden. Und dann kann ich die Kollegen da alle noch fragen. Perfekt. Mach das mal. Danke. Live, Malte. Guck mal. Sogar noch mehr. Alter, das haben wir schon alles zusammen? Ja, ist geil, oder? Hey, das ist mega gut. Vor allen Dingen, ey, decken. Voll gute Idee. Weil, wir brauchen gar noch Klamotten, die kalte Winterzeit kommt. Äh, es kommen vom Matrix kommen auch noch mehrere Kollegen und dringende Klamotten. Gute Idee. Weinst du gerade, Malte? Weil du dich von zwei Teilen verabschiedest? Ja, und die zwei Teile mochte ich sehr. Okay. Aber meinst du nicht, du hast noch irgendwie im Schrank ein paar Sachen, die du noch nie angezogen hast? Oder die du einfach selten anziehst? Weil es gibt halt wirklich Menschen, die die gerade gebrauchen können. Ich habe zwei schwedische Regale, wo nicht sonderlich viel reinpasst. Also nein, viel, viel mehr habe ich nicht, Toni. Guck dir deine Buche an. Da ist auf jeden Fall ganz viel mehr drin. Okay, tschuldigung. Was lachst du da? Das ist für mich gerade eine schwierige Trennung. Ja, und ich denke nur an die Leute, die einfach weniger haben als du. Weißt du? Man muss nicht so denken... Sascha! Du geil seid. Also... Vielleicht hast du es mitbekommen. So eine geile Aktion. Wir haben ein halbes Jahr darum gekämpft, dass wir überhaupt ein Dach auf dem Kopf haben. Denkst du, in dieser Zeit habe ich mir irgendwie nochmal neue Klamotten geholt? Und ob du es glaubst oder nicht, ich wiege seit 25 Jahren genauso viel wie jetzt, bin genauso groß. Ja, ich habe mir nicht irgendwas gekauft, was mir jetzt irgendwie zu klein, zu groß oder was weiß ich ist. Aber es ist glaube ich schon... Es ist okay. Danke. Darf ich meine paar Sachen noch behalten oder soll ich jetzt mit Schlüppermorgen aufarbeiten? Aha. Weißt du nicht, was ich dazu sagen soll? Das ist schon okay. Guck mal, hier soll jeder nur spenden, wer das auch wirklich will. Wenn man... Ah, man spendet eigentlich. Was hat, was man hat. Apropos spenden. Danke. Ich kann auch mein letztes T-Shirt spenden. Wann kannst du... Nee, nee. Ich bin nicht so geizig wie der. Okay? Ich lass es. Okay, ich geh mal ein paar Züge machen. Anscheinend haben wir uns alle in Sascha ein bisschen getäuscht. Der hat offenbar auch eine andere Seite. Eine großzügige und hilfsbereite. Und die gefällt mir grad immer mehr. So. Ach, super. Oh, meine Haare. So. Aber das ist jetzt alles. Cool, oder? Ist richtig viel zusammengekommen. Super. Da werden Sie sich richtig freuen, glaube ich. Kommt das denn auch vor Weihnachten noch in Rumänien an? Und über welche... Also wie läuft der Transport ab? Über welche offizielle Stelle? Rumänien. Äh... Ich kann das jetzt... Also ich mein hier... Wie wird der Transport abgewickelt? Ich kann dir das jetzt gar nicht so sagen. Ich bin momentan nur ein bisschen Aushilfe. Also ich mach's jetzt zum zweiten Mal. Ich könnte mal nachfragen, wenn du magst, aber... Ich glaub das wird schon vor Weihnachten rechtzeitig ankommen, glaube ich. Okay. Also... Also irgendwie werd ich das blöde Gefühl nicht los, dass hier was nicht stimmt. Der Typ ist voll komisch. Und wenn ich mich hier so umschaue... Hast du zu tun? Ja. Ja. Mhm. Das ist eine Lösung sozusagen. Ja, okay. Das ist nur so ein Unterstand sozusagen jetzt. Genau. Okay, alles klar. Super. Gut. Dann... Bis dann. Ja, dann kommt gut nach Hause. Für Spaß. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss. So. Ja, cooler Typ. Cooler Typ. Sascha, hier stimmt ja offensichtlich. Ich weiß nicht. Das stimmt. Hier werden doch nicht irgendwelche Spenden gesammelt. Das macht überhaupt keinen Sinn, okay? Ich hab selber schon mal in einer Kleiderkammer gearbeitet. Ich weiß, wie das abläuft. Der hat überhaupt keine Ahnung. Der wusste ja noch nicht mal, wie das alles abläuft und so. Ja, komm mal, wenn er sagt, er ist Aushilfe zweites Mal. Guck mal, die haben sicherlich viele Anfragen. Ich hab ein scheiß Bauchgefühl. Weißt du, was mein Bauchgefühl sagt? Ich brauch Kaffee. Das wird schon alles richtig sein. Komm. Hm? Ja. Ich hab immer noch ein schlechtes Bauchgefühl. Ich will einfach nicht, dass die Leute verarscht werden. Die Spenden sollen wirklich da ankommen, wo sie auch hingehören. Können wir vielleicht einfach nochmal gucken gehen. Auf Nummer sicher gehen. Ich wüsste, dass die vor allem kümmern. Ich mein... Let's go. Danke. Siehst du? Was soll ich sehen? Guck doch nur, wie viel Geld der Typ in der Hand hat. Von wegen Kleiderspende, Alter. Der vertickt die Sachen. Ich zähl mal nicht mehr. Ich vertrau dir. Ach, du vertraust ihm. Was ist denn hier los? Verkaufst du gerade unsere Kleiderspenden? Was willst du? Spenden? Ja, die Sachen haben wir gespendet für Menschen in Rumänien, die die wirklich brauchen. Schwachsinn, Digga. Wer bist du hier? Wer bist du überhaupt? Genau, hier. Das ist meine Knete. Digga, wir hatten nen Deal, Mann. Das war ne krumme Sache. Du hast schon bezahlt. Ich brauch keine Spenden. Weißt du, ne? Alter, was soll der Scheiß? Was das soll? Was machst du hier? Weißt du eigentlich, wie ekelhaft du bist? Alter, ihr habt mir grad das übelste Geschäftspersaunt. Mensch, die brauchen diese Sachen. Ich brauch auch meine Kohle. Okay? Aber das ist nicht so. Dann geh auf. Ey, was, ey? Warum blusterst du dich hier so auf? Digga, ihr kommt zu mir. Ich glaub, du erschützt deine Position gerade. Erstens, weißt du nicht, mit wem du... Ist ja geil. Dann musst du lachen, wa? Ja? Musst du lachen. Ey, ich mach einen Anruf, ein Freund von der Polizei kommt und dann bist du in der Scheißlage. Ja, okay. Das verspreche ich dir. Bleib mal hier, bleib mal hier. Lascha, Lascha, lass es. Dann habt ihr keine Eier. Ist das asozial, Alter. Okay, weißt du was? Wir nehmen die ganzen Sachen und dann bringen sie die zur Wohlfahrt. Und dann kommen die wirklich dahin, wo Menschen die wie gebrauchen können. Okay? Komm. Wie die Wohlfahrt sich gefreut hat über all diese Klamotten, die wir da hingebracht haben. Schon heftig, ja. Das war ein richtig schönes Gefühl. Das war ein schöner Tag. Und, ja, das war ein sehr schöner Tag, finde ich. Und ein sehr produktiver Tag sogar. Weil wir sogar diesen Fake-Typen auch noch zusätzlich angezeigt haben. Heißt, also ich hoffe zumindest, dass jetzt ganz viele andere Leute nicht auf ihn reinfallen. Wieso? Manchmal sind deswegen auch Notlügen okay. Weißt du? Weißt du die Notlüge, dass dein Kumpel bei der Polizei ist? Also ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber... Ist dann okay. Ja. Ja. Ganz ehrlich, was wäre sonst passiert? Das stimmt. Und... Danke, dass du mitgekommen bist. Danke für die gemeinsame Zeit. Willst du noch ein bisschen drüber? Ja. Nein? Weißt du, was ich noch so krass finde, ist... Guck mal, ich bin kein Unschenslamm, okay? So? Aber was... Willst du wirklich nicht? Aber was der Typ abgezogen hat... Geht gar nicht. Also ist echt... Also... Naja. Aber weißt du was? Ich auch. So stehen... Entstehen... Gemeinsame Geschichten. Ähm. Ich... Sorry. Es gibt nichts, wovon du dich entschuldigen musst. Du musst mir einfach ein bisschen Zeit geben, okay? Ich geb dir alle Zeit, der Welt. Sorry. Danke. Ey, was ist denn mit mir los? Wieso küsse ich einfach Sascha? Ich meine, ich will doch gar nichts von dem. Oder etwa doch? Boah, irgendwie weiß ich gerade überhaupt nichts mehr. Hey, hey, hey. Hm? Das ist rechts vor links. Äh, Entschuldigung. Äh, ich bin ein bisschen durcheinander. Wegen eurer Spendenaktion oder... Ist sie gut gelaufen, nicht gut gelaufen? Ähm. Ja. Also, doch. Ist gut gelaufen. Ähm. Also, war ein bisschen chaotisch. Dieser Aufruf, den ich da gesehen habe, das war fake. Der Typ hatte irgendwie nur alle abgezogen. Aber das konnte ich aufdecken. Und dann hat Sascha mir geholfen. Und dann konnten wir alle Klamotten zur Wohlfahrt bringen. Ja. Krass. So voller Euphorie. Wie du es dir gerade erzählst. Sonst irgendwas? Ich habe Sascha geküsst. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich... Ja. Wow. Okay. Pass. Und jetzt, äh... Spielst du mit dir Gedanken, dass da mehr wird? Oder was da mehr draus wird? Oder was? Ich... 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 Ich habe keine Ahnung. Ich... Hättest du mich vor einer Woche gefragt. Hätte ich... Hätte ich safe Nein gesagt. Aber jetzt ist es so... Vor allen Dingen dann sagt er noch, jetzt will er was Ernstes mit mir. Er würde sein komplettes Leben, altes Leben hinter sich lassen. Und... Lass uns einfach nicht über Sascha reden. Und, ähm... Stattdessen fände ich es cool, wenn wir vielleicht wieder was machen würden. Ich habe dich echt vermisst, so. Als meinen besten Freund. Ja. Na klar. Ja? Kann machen. Cool. War das jetzt komisch ausgerechnet mit live über Sascha zu reden? Ich meine, bis vor kurzem habe ich noch gedacht, dass aus uns was werden könnte. Aber er will ja nur Freundschaft. Und jetzt, wo ich versuche, nicht mehr an live zu denken, da sehe ich Sascha irgendwie in einem ganz anderen Licht als früher. Hey! Was ist Bier für dich denn? Bitte? Ich habe ein Bier für dich. Verrätst du, wie du heißt? Ja. Sascha, freut mich. Was für ein Bierwitz haben. Krass, was war das? Ja? Ja. Ja. Ich habe das. Ja. Ich habe das. Ich habe das. Weißt du, von Toni kannst du einen auf guten jungen Mann legen. Und guckst sie ein meine Schinden, zeigst du genau dein Gesicht, wie du wirklich bist. Leuchler, Lügner, Nerfresser. Einfach ein schlechter Mensch. Durch und durch. Du bist falsch, Dekker. Du bist so falsch. Bist du nördisch. Auf was denn? Auf jede einzelne schlechte Eigenschaft, die ich gerade aufgezählt habe. Junge, du bist ein einfach... Ich finde nicht mal eine Definition so schlecht bist du. Jemand kann wegen dir vielleicht nie laufen. Du machst einfach nur Scheiße hinterm Rücken, laberst du Kacke. Du sagst, Toni, was ist Gesicht? Du meinst es nicht ernst. Thomas, Alter, ich... Ich werde keine Worte mehr für dich. Was willst du machen? Petzen? Willst du petzen? Malte, ich glaube, du vergisst sie. Wer wehen in die Hand sagt. In der Hand sagt. Wer hat die Beweise? Wer hat Piet ins Auge geschossen? Geh petzen. Ich war noch nicht in den Knast. Und ich glaube... Du checkst gar nicht viel Ernstliches mit Toni meine. Ich will Sie und Sie will mich. Komm, wir mal drauf klar. Hey! Verstehe ich? Na, habt ihr euch gelenkert, fernst oder man macht das Stempel? Ich weiß nicht. Und gebt sich hinterher. Ich gucke ihn aus, wisst ihr? Sie biegen, sie kann so biegen. Hey, ich bin nach oben. Weißt du, wäre live mit Toni in die Schweiz gefahren, wärst du ein Nichts. Und alles hat seinen ordentlichen und natürlichen Lauf gehabt. Aber du bist der Grund, warum es Menschen schlecht geht und nicht du. Verstehst du? Martin. Man, Spaß ist das Leben so, mein Bruder. Check, dass ich Toni will. Und zwar machen wir das so, dass wir sagen, dass die Sanitärbereiche saniert werden müssen. 200.000 Euro, also ein realistischer Betrag. Ja, ja. Aber was, wenn die irgendwelche Nachweise haben? Nein, denke ich gerade nicht drüber nach. Also so wie ich das hier sehe, kommen wir gerne als Banken mit Ihnen ins Geschäft. Wenn Sie uns Unterlagen bringen können, haben Sie denn schon einen Kostenvoranschlag dafür bekommen, was den Preis zugrunde liegt? Ähm... Leute, guck mal, wer da kommt. Die neue Direktor-Doktor. Ich verspreche hier eins, dass wir hier in der Schule nicht aufgrund meines Jobs jetzt irgendwie aneinander geraten oder so, okay? Okay, was ist jetzt dein Problem? Mein Problem ist, dass du uns verpetzen musstest. André hat mir angeboten, dass ich bei ihm wohnen kann. Franzi ist gerade auf dem Weg zum Hausboot, um ihre Sachen zu packen. Und warum packt sie ihre Sachen? Sie packt sie ihre Sachen? Ja, weil sie vorübergehend zu André ziehen will.